Auf jeden. War doch eigentlich nicht schlecht. Nein, das war sehr geil, der Weihnachts-Style. Wir alle wollen etwas von dem Pulver uns reinziehen. Durch die Nase das gute Zeug. Und dann gibst du mir Pillen für Gas. Ich will es nicht, aber du sagst, es ist zu wenig Cash. Ich verstehe es, es war ne Verwechslung. Er zieht das Kokain. Der Weihnachtsmann braucht jede Menge Speed. Sonst würde er es nicht schaffen, an einem Tag die Geschenke auszutragen. Das ist doch ganz klar. There is no cap in my rap. Ich snack noch nen Snack. Ich bin eine Crackente und ein Crackbangle. Ich bin ein... Mieser, jetzt klingelt das Telefon wirklich. Aber du hast es weggemacht, wer war das? Big Vipke? Das kannst du nicht machen, Mann. Geh ran, komm schon, du machst das einfach während ich aufnehme. Big Vipke. Big Vipke. Er zieht das Kokain. Der Weihnachtsmann braucht jede Menge Speed. Sonst würde er es nicht schaffen, an einem Tag die Geschenke auszutragen. Und das ist doch ganz klar. No cap in my rap. Yep, 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 yep. War doch eigentlich nicht schlecht. Miese Bruder, es schrägt nur noch scheiße, wie immer. Bin behindert. Im Universum sind Sterne und die Milchstraße. Weißt du doch. Alles war wieder well wie immer.